Lass er doch Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Du fängst auch mit Sinnelow Ich? Absolut Ich kann mich nicht umdrehen ohne umdrehen Wo ist ein solcher Autos? Sinnelow Eyo Freunde Zedricks wieder back Hättet ihr gerne mit euch in eurem Video auf dem Kanal, Freunde mit meinem kleinen Bruder am Start Was geht ab, Bro? Lass mich nicht hängen Nein, Bruder Ok, das ist alles cringe Nein, Leute, wir haben heute wieder ein neues 1 gegen 1 Das ist das, was ihr sehen wollt, glaube ich Aber, Leute, es kommt auch wieder was anderes außer Fortnite Leute, heute wieder 1 gegen 1 Ihr seht schon gegen Ardito717 Nein, 711 Wir dachten einfach mal, wir spielen heute gegen ihn nicht geschrieben Komm 1 gegen 1, ich zerstör dich Dann, ja, wir werden es einfach mal machen Und, Leute, wegen der 20 Euro PSN Verlosung Wir haben die gerade noch nicht gekauft, wir haben keine Zeit dazu Aber wir werden die dann im nächsten oder übernächsten Video auf jeden Fall dann zeigen Aber wir müssen nicht noch kaufen, wir vergessen das immer Aber, Leute, die kommt safe bei 30.000 Ambulanten Kommt mit 30 Euro PSN Das ist doch geil, Alter, oder? Richtig geil So, Leute, auf jeden Fall spielt mein Bruder heute wieder gegen ihn Und, ja, heute wird es vielleicht noch ein bisschen mehr knacken lassen, glaube ich Wenn das Internet wieder weg ist, Leute, dann weiß ich nicht Ja, ich würde einfach sagen, let's go Viel Spaß bei der Aufnahme und Er hat sich stumm gemacht Nein, 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 Schaff Wie alt bist du? Überhaupt 11 11? Also du hattest uns geschrieben, komm 1 zu 1, ich zerstör dich Ja Das war schon eine krasse Ansage Muss ich ehrlich sein, habe ich mir schon eingepillt Wir landen in Tittle Towers Und hast du die anderen Videos schon gesehen von uns? Ja Ehre So, dann weißt du natürlich auch, wie das Ganze funktioniert, glaube ich Du ludest jetzt erstmal Machst dir die Metz voll Bist du eigentlich eher so ein Hater oder einer, der die Videos schaut? Einer, der die Videos ja schaut Wie würdest du dich einschätzen? Ja Voll, geht so Voll, geht so Oh, ja, Bruder, einfach so eine Bezeichnung Ähm Wie seit welcher Season spielst du schon? Ende 1 Ende 1? Ja Ende 1, oh Das ist schon eine lange Zeit Warte, wie heißt du eigentlich? Ich hab mir gar nicht gefragt, wie du heißt Nenn ich einfach Ado Ado? Ja Wie heißt du denn echt? Mehmet? Nein, Ado nicht Wie? Ado nicht Ado nicht Ado nicht Nein, korrekter Name habe ich auch noch nie gehört Mein Name ist Peter Schaust du Montana Blacks? Gerne mal Ja, Standard, ne? So, jeder schaut in die Montana Blacks Drei Zwei Eins Come on, Baby Erstmal auf Schmack hast du Gott? Also das ist Felix ja eine erste Runde für alle, die es wissen wollen Er hat heute noch gar keine Runde gespielt Wie bitte Runde ist das? Erst ist das Deine meine ich Wie bitte Runde ist das? Oh, weiß nicht Er weiß nicht Oh Oh 1 zu 0 für Cinello Bro Das war jetzt die erste Runde, aber bloß hier noch Es geht ja bis 3 Aber es geht wirklich schnell, also da wäre ich schon mit Reingefetzt Ging ein, geht eigentlich so Und was sagt Adi zu den, äh Adi, Ado, ich weiß nicht, was sagt der zu den? Adi soll nicht Ado, ne? Adolf? Ja Adi? Ado Ado Ado, echt Sei Russe, oder? Russe? Nein, sag Albana Sag Russe Ja, Albana Ich wusste es, ich wusste es ja noch nicht Feiert der Carmen Gang? Feiert du Carmen Gang? Ja Ja, klar Ja Also, 3 2 2 1 Go Danke, Fettfingerart Wo ist er? Oh über dir Was ist er denn? Das ist natürlich ein hoher Vorteil, durch deine Fettfingerei Das heißt aber noch nichts Und er baut sich hier hoch Oh, jetzt hast du ihn wieder zurück geholt Nein, hast du nicht Nein Sag, ich hab den was gestellt Boah, ich schreit, ich geh nicht Wo ist er? Ah da unten Ja doch Pruschine am besten du erschreckst dich immer so ne jetzt wäre das so das ist eigentlich ganz easy fest jetzt kommt was hat er gemacht es leckt es leckt es leckt es leckt echt geil achte ich nicht an der 20. spielwiese aber gerade leckt es echt ach ja ohne fallen ne also ist das nicht was ja ja ich hab die fange gefolgt Da ist er... Wo? Wo ist er? Du hast die MP, ich will die MP nutzen. Aim. Wir haben ja erst, das wird zweite Runde. Schau mal jetzt. Sieht ja auch. Mach's kaputt. Hier links. Aim, Bruder, muss fett. Du musst mehr, geh direkt rein. Ich dir sage, push lieber jetzt rein. Schieß mehr drauf. Hey Mann, jetzt hab ich komplett defektion. Glaser, Glaser doch. Jogi, lass aus euch. Es springt einfach so. Ich run den weg. Oh, da haben wir das. Was sagt der? Ja, weiß ich nicht, der schreit. Na, scheiße. Die Kills werden nicht angezeigt. Ja, wenn nicht. Nee, aber... Egal, 2-0, 1... Also Ado, jetzt kannst du raushauen. Ich zähl runter. Ab 3, 2, 2, 1... Und go. So, es könnte jetzt ein 3-0 werden. Es könnte aber auch noch spannend werden. Mal schauen, wie es wird. Was? Oh, ich stehe direkt neben ihm. Du hast noch die MP. Benutz die MP mal. Was hast du dir, wenn du die nie benutzt? Ja, was? Okay. Hier, was? Okay. Ey, das ist echt schlecht. Das sehen wir alle. Ja, okay. Jetzt rein. Jetzt einfach reinpushen. All in jetzt. Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Du bist erschrocken als Lala. Ah! 3-0. Also, wir haben ein 3-0 Ergebnis, auch wenn es da oben nicht steht. Danke, Fortnite, für die Lags. Äh, Adi, wie vernerst? Und was sagst du? Hatte zwar 3-0 verloren, aber... War ein gutes Game, war fair, war korrekt drauf, Leute. Gib einen Baum hoch für Adi oder Adi, ich weiß es immer noch nicht. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Hast du Instagram oder so? Bist du ein Instagram pushen? Ähm, Adi mit. Ja. 1. Okay, Leute, ihr habt's verstanden. Das... Folgt ihm einfach mal für diese Aktion, dass er einfach so korrekt drauf ist, Leute. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gibt einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos, meine Freunde. Und wie gesagt, wir verlosen ganz viele PSN-Karten. Wir haben gerade eine 20 Euro PSN hatte. Bei 30.000 haben wir eine 30 Euro PSN hatte. Deswegen macht unbedingt mit. Abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Stay fresh und... Peace! Oh, das muss ich gar nicht sagen, ja? Das muss ich sagen. Okay, sag du. Skit! Hau dran! I am the one, no way your time, don't need the gun, so give respect! Drop this!